Mahlzeit, ich bin TheName und wir spielen Spider-Man Web of Shadows und quatschen mal mit Wolverine und gucken, was wir machen sollen. Bevor ich das tue und ihr den Text verfolgen könnt, ich hab mal das V-Sync ausgemacht vom Spiel. Ihr könnt mir dann ja mal sagen, wie ihr das sowohl grafisch als auch von der Geschwindigkeit her findet. Also ich hab das Gefühl, es ist schneller und sieht nicht großartig schlechter aus. Aber wie gesagt, wenn euch das nicht so gefällt, mach ich es wieder an. Wenn doch, dann lasse ich es aus und... naja. Er ist da, in der Schmerz, irgendwo. Also, was sind deine Gedanken über die Neue Duds? Some kind of damn superhero fashion show. Cause ich hab ein paar orange und brown tights, die dich in die Schade bringen. Was, nicht ein Fan von der Neue Me? First off, ihr schmeckt wie die Death. Second, ihr schaut wie ein von die Emo-Kitties, die all over die Internet jibberin' an, wie schwer ihre Leben ist. Oh mein Gott, ihr habt eine Mein-Face-Page, nicht wahr, Dork? Ich hab nicht. Haha, du hast es total. Hör auf, Kind. Willst du mich als Freundin addieren? Ich werde dich schocken, und du schockst mich zurück. Ich sagte, hör auf! Hand Venom Dawn. Ja, das ist doch mal eine schöne Mission. Also, hört sich zumindest interessant an. Gucken wir mal, wie es denn letzten Endes dann sein wird. Äh, 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 so. Und der Missionspunkt ist, ähm, wo? Okay, hier. Hör auf! Nein! Was war... Nein, ich glaube, ich habe... Dann... Was ist... Ich weiß nicht, dass ich dich besitze, Parker. Was machst du damit? Du glaubst nicht in die Adoption, Parker. Nach allem, hörst du die Mutter. Kinder, komm mit Parker. Schau Parker, wie wir ihn lieben. Sollte ja nicht die Schwierigkeit an sich sein. Na, da ging der Karate Kick aber daneben. Aber jetzt hat er getroffen. Ups. So. Ja, jetzt muss ich Venom finden. Ja, sollte ja nicht so schwer sein mit dem Missionspunkt als Anzeige. Oh, Moment, hab ich da was richtig gesehen? Ja, komm Spidey, schwing dich mal zurück. Wahrscheinlich ganz umsonst, aber jetzt ist auch egal. Ja, ganz umsonst. Dann lauft mal... Irgendwie... komisch durch die Gegend. So. Hier sind wir. 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 Marker. Hier sind wir. 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 Das ist nicht richtig. Eddie. Wir hören uns nicht. Hier sind wir. Ja, jetzt haben wir die ersten Symbionten-Typen. Die war ja schon aus dem ... Intro, sozusagen... Oh! Und Venom guckt auch noch rum. Das ist natürlich jetzt weniger stylisch. So, hau ab. Gut, er kriegt auch keinen Schaden. Das finde ich jetzt zum Beispiel mal gar nicht toll. Oh, und die falsche Tasse. Ja, doch, jetzt kriegt er Schaden. Ein bisschen zumindest. Oh, verdammt. Ups, ja, ich dachte, bin ich mal cool und mache so ein geiles Blockmanöver. Ah, ist nicht so ganz was geworden. Muss ich ja zugeben. So, nächster. So, sind wir jetzt mal unter uns hier? Oder, wie sieht's aus? So, mein lieber Eddie. Ja, 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 ich... Ach, immer wenn ich irgendeine Ansage mache, ist es jedes Mal so. So, was nun? Weiter verfolgen, oder was? Joa, sieht so aus. Gut. Tun wir das. Oh, oh, warte, nein. Ja, was ist denn das hier? Ich habe doch gerade... Ja, warum auch immer ich ihn nicht annetzen kann. Jetzt halt doch mal an, das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie mir die Steuerung immer einen Strich durch die Rechnung macht, das ist ehrlich frustrierend. Ja, habe ich jetzt hier was für... Okay, nö. Das ist gekommen. Das ist für dich, Parker. Na doch mal auch mit so'n Blödsinn hier. Hm, hm, hm. Widerstand ist zwecklos. Ja. Den anderen Typ ignorieren wir jetzt einfach mal getrost. Oder auch nicht, weil er einfach mal im Weg steht. Was machst du da? Äh. Ja, also so'n bisschen buggy, wa? Glaub doch mal dahin, wo du hin sollst. Ich muss ja anscheinend wieder... Ja, ich muss dich ja anscheinend wieder verfolgen. Dann mach doch mal. Ach Gott. Ich helfe dir mal. Ich versuche dir zumindest zu helfen. So, ich räume das Auto aus dem Weg. So, und du kannst dann dahin, wo du hin sollst. Wunderbar. So kriegen wir das doch hin. Ja, auf. Bis zu der Stelle, wo ich wieder gegen dich kämpfen kann halt. Die wäre dann... Wo? Hier? Nö. Ja, auch Mensch, du bleibst aber... Hängen geblieben, sag ich mal. Jetzt mach. So. Ja. 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 Ach, wenn, dann muss ich dir schon wieder helfen. Naja, schon ein bisschen... Ja, zwei schwarze Punkte, ja, tut mir ja leid. Aber ich muss das ja machen, wie lange so hätte ich denn da warten sollen. So ein verdammter Beschiss schon wieder. So. Naja. Aber, ähm, ja, ich würde mal sagen, wir machen hier auch erstmal Schluss und sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play, äh, Let's Play Spider-Man Web of Shadows. Ich bin TheName, ciao.